ein herzliches sehr willkommen zurück zur fahrer weisen 2 und damit auch ein herzliches willkommen zurück in montelino wir haben hier die nächste veranstaltung angefangen und wir fangen jetzt hier auch das nächste rennen an 90er rally championship veranstaltung ihnen stehen einige wheelspins zur verfügung eigentlich wollte ich das karten nicht dann Das war's. Jetzt schauen wir mal, ob wir gewinnen. Falls ihr was miauen hört, das ist meine Katze, die ist gerade auf dem Hirsch gesprungen. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass wir jetzt gerade bei Folge 160 sind, die wir heute jetzt auch nehmen noch drei Folgen und dann sind wir auf dem Seilstand mit Vorsammel mit der Sport5 und dann sind wir jetzt wieder einmal auf dem Seilstand mit vorsammeln, die wir heute Abend auf dem Seilstand mit ihr vorgehen und dann sind wir jetzt auf dem Seilstand mit Vorsammel des ZDF für funk, 2014 Das war's für heute. Entschuldigung, jemand hüsten, aber der ist gut, haben wir aktuell sehr doll, weiß nicht warum, wahrscheinlich wie gesagt, wegen dem Wetterumschwung. Das war's. Schön gefahren, Kumpel. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Nein, jetzt nicht. So, und jetzt das letzte dran. So, und jetzt das letzte Mal. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Okay, du hast dich 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 gut geschlagen. So! Und gewonnen! Na schön, Leute, das war's für heute mit dem Rennen in Montalino. Wir versammeln uns am Treffpunkt und weiter geht es mit der Autotour. So, dann gucken wir mal. Jetzt fahren wir nach San Giovanni. Der heutige Tag hat richtig Spaß gemacht. Die letzten Rennen dieser Meisterschaft waren einfach brillant. Die nächste Etappe dieser Autotour ist jetzt nach San Giovanni. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, Erster zu werden. Genießt einfach die Fahrt. So, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschau.